malzeit liebe leute heute habe ich wieder spannende news für euch mitgebracht es geht ums winter event das große neue community event einen kleinen warlock buff wird es auch noch in dem video geben und ansonsten thematisieren wir kurz prüfungen von osiris bezüglich des rückkehr datums denn das wurde jetzt festgelegt bevor wir aber mit den themen anfangen ganz kurzer rückblick auf die woche die falken mond eine exotische handfeuerwaffe aus destiny 1 wurde als eine exotische quest released und das besondere an der waffe ist dass sie die das erste exo ist wo die perks zufällig kommen können wie ihr die falken mond bekommt und wie man das mit den perks angeht beziehungsweise ich erkläre euch wie die perks zufälligen perks funktionieren das habe ich euch in einem video gemacht und das findet ihr in der infobox oben rechts und ansonsten gab es auch diese woche große ankündigung für das jahr 2021 bezüglich erweiterung des loot pools dedos schutz und crossplay und natürlich auch vieles mehr auch das in der infobox für alle die es verpasst haben sollten kommen wir jetzt zu endlich zu dem winter event nun das winter event an sich nichts neues ich gehe da kurz mal durch wir haben wie immer deko im turm dann müssen wir wie immer kekse backen es wird eine waffe geben die man durch kekse backen triumphe freischaltet es ist diesmal ein fusionsgewehr das glatio klasmus bis auf den wilden namen ist sonst nichts wild das design wurde hier auch wieder mal reskinnt schade dass man sich hier nicht ein bisschen mühe gibt wie im everversum und bringt mal neue skins das wäre großartig genauso großartig wäre ein daumen nach oben unter diesem video dann haben wir ein neues schiff und das neue schiff ist klar aber das besondere an dem neuen schiff wird sein dass man die triebwerkfarbe einstellen kann einstiegseffekt einstellen kann das klar aber es wird auch animierten shader geben animierte shader haben wir meiner meinung nach bisher noch nicht gehabt das heißt shader sind ja wie so eine art ja da bewegt sich was am shader der wechselt farben wie so eine led leiste oder so stelle ich mir das vor wird spannend vielleicht geht das ja auch in richtung animierte embleme oder animierte shader für den hüter das wäre geil genauso geil wäre aber auch wenn ihr die glocke auf meinem kanal aktivieren würdet und wir kommen zu noch was viel geilerem und zwar ein großes community event es wird einen baum geben unter dem baum sind geschenke und in den geschenken sind upgrade materialien also sowas wie ersten bruchstücke prismen und so weiter wie man genau das event spielt was man dafür erfüllen muss und hat manche erstmal zurückgehalten damit wir uns überraschen können oder sie uns damit überraschen können mal kurz zur erklärung was so ein community event ist es gibt eine große aufgabe ich glaube das letzte große community event hatte sagen wir mal fünf millionen öffentliche events und wir müssen als community fünf millionen öffentliche events abschließen sprich jeder jeder spieler der ein event abschließt dieser punkt dieses event wird dann für den gesamtscore gezählt und alle arbeiten an einer aufgabe mit bis man dann die belohnung freischaltet sind halt die geschenke unterm baum was man diesmal machen muss keine ahnung ich befürchte dass das kekse backen ist backe 50 millionen kekse damit auch die ganze erde da genug davon hat nicht wahr ja aber kommen wir weiter zu prüfungen von osiris das wurde ja jetzt länger ausgesetzt wegen bugs im pvp es scheint jetzt tatsächlich in griff gefangen zu sein und so hat man jetzt einen termin angekündigt und zwar den 18 dezember sprich nächste woche freitag da soll prüfungen von osiris voraussichtlich zurückkehren es heißt also nicht es wird zurückkehren sondern voraussichtlich es könnte auch noch verschoben werden aber wenn man ein datum nennt da ist man sich ja mindestens zu 80 prozent sicher dass es dann kommt und zu guter letzt der warlock stasis nahe kampf dieser wurde nach der nach der release zeit in kürzester zeit wieder genervt da er einfach zu stark war da hat man jetzt eingestanden da war vielleicht ein bisschen zu viel des nerfs so gehen wir ihm mal wieder etwas reichweite zurück und zwar 37 prozent mehr reichweite für den warlock stasis nahe kampf so liebe leute das war's von mir ich hoffe das video hat euch gefallen lasst ihn immer schön schwingen bleibt gesund und bis zum nächsten mal auf und bis zum nächsten mal auf bis zum nächsten mal auf